müssen die dinger echt leer sein weil die mich jetzt verarschen die 26 32 32 40 26 ich begreife das gerade gar nicht es ist mir alles ein bisschen ja kann was es mir alles gerade bis zu hoch 16 eier was so stimmt da geht er nicht so wie mache ich jetzt gleich noch mal das ding diamantenstaub alter ich neun raus und aus neun mache ich also brauche ich 9 18 9 18 27 36 44 ernsthaft echt jetzt will ich mich jetzt verarschen hart das stimmt da muss ich auch wieder dran machen oder doch nicht das ist mir jetzt egal sagt in der uhrzeit okay zeit zum schlafen gehen na komm ich hätte jetzt echt nie gedacht dass das so kompliziert ist am jetzt am ende hier das ist ja brauche ich jetzt nicht weg hier 6 6 kristall diamantstaub ach nee gut jetzt habe ich mich oh gott 6 12 18 24 diamanten brauche ich das ist trotzdem eine ganz schöne menge hier so ich meine mfu wenigstens noch irgendwo rumschwören was ich denke ich habe nichts gesagt in ausgang 3 eingänge wie war das jetzt gut du hast aufgefüllt aber durch was ich hätte jetzt echt nicht es ist echt kompliziert geworden wie immer gut man ist das kompliziert man mann 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 diamond dust redstone nein ich würde redstone haben danke ja na komm da ne ich glaube das müsste ich jetzt in den kompressor haben richtig bist du kommst du bist der kompressor genau ich bin gerade hier maximal überfordert merkt man glaube ich gerade tierisch bist wie ist denn die teile aber klack geht das ist bist du bin du bist du bist du bist du Huh? Ich bin ja gerade tierisch überfordert. 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 Das kann doch nicht angehen. Ich bin ja gerade tierisch überfordert. Ich bin ja gerade tierisch überfordert. Ich bin ja gerade tierisch überfordert. Ging doch vor uns noch, oder? Ist das jetzt echt so schwer? Ist das jetzt echt so schwer? Ich bin ja gerade tierisch überfordert. Ich bin ja gerade tierisch überfordert. Ah. Ich bin ja gerade tierisch überfordert. Ich bin ja gerade tierisch überfordert. Ähm. Ey, wieso… Moment. Moment. Ich glaube ich weiß wo das Problem liegt. Ähm... Moment... Feed the Beast, Monster, Monster, Ultimate, Unleashed, Minecrack, Mods, Ne. Sorry, dass ich so still bin. Feed the Beast, Monster, Liki, danke. So, was ist jetzt alles drin? Offiziell Feed the Beast, Packs, bla bla bla. Da haben wir es da. Da gibt es nämlich Industrie-Graft 2 Experimental, also was ist denn das jetzt? Moment, Moment, ich glaube, ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Na, wo ist es denn? Das ist so, Utilities, Transformer, ne. Personal Save auch nicht. Generator auch nicht, ne. Energy and Wiring. Wow. Wow. Hier steht aber, oh, mit Labus-Lazuitast, Advanced Circuit und Energy Crystal. Ja gut, das, was ich gerade die ganze Zeit versuche. Hä? Oh. Deswegen bin ich gerade maximal verwirrt, weil irgendwo kann das nicht angehen, dass ich gerade...